Hey Leute, hier möchte ich jetzt für euch ein Video über ein wirklich wichtiges Thema machen, nämlich die Bane-Mods. Unter Bane-Mods versteht man jeden Fraktions-Mod und das sind dann in diesem Fall die Läutern-Mods für Schrotflinten, die Verderben-Mods für Gewehre, die Verjagen-Mods für Pistolen oder die Bestrafen-Mods für Nahkampfwaffen. Die gibt es für jede der Hauptfraktionen, das bedeutet Craneer, Corpus, Befallene, Corrupted, aber auch für das Raunen, wobei Letztere noch keinen Primed-Mod haben. Der Grund, weshalb ich dieses Video mache, ist einfach der, dass ich persönlich diese Mods hasse und in fast keinen meiner Builds verwende. Aber sie sind super, super stark und jeder sollte selbst in der Lage sein zu entscheiden, ob er diese Mods verwenden möchte oder nicht. Bevor ich jetzt auf die Voraussetzungen dieser Mods eingehe, möchte ich erstmal erklären, was die überhaupt machen. Also ihr seht es hier gerade, da steht Multiplikator von 1,55. Was bedeutet das? Naja, euer Waffen-Endschaden wird mal 1,55 gerechnet. Das bedeutet, nachdem Basisschaden und Elemental-Mods schon verrechnet wurden. Okay, also es ist eine zusätzliche Damage-Multiplizierende Instanz. Ziemlich geil. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Wenn ihr das Ganze mit Dots macht, oder es gibt auch noch ein paar andere Bedingungen, dann kommen diese Bane-Mods mehrfach zum Tragen. Als kleines Beispiel sagen wir, wir haben ein Schnittbrock-Bild mit einem Grineer-Verjagen-Mod drin. Das bedeutet, unser Waffenschaden wird mal 1,55 gerechnet und dann kommt unser Slash-Prock. Der Slash-Prock nimmt den erhöhten Schaden und dann, wenn der Slash-Prock berechnet wird, kommt nochmal der Bane-Mod zum Tragen. Das bedeutet, wir haben keinen Bonus von 1,55, sondern von 2,4. Und an der Stelle jetzt noch ein kleines Randbeispiel. Wenn ihr mit Toxic-Lash spielt, kommt der Mod sogar dreimal zum Tragen. Nur so als kleine Info. Das bedeutet, gerade bei Dot-Bilds sind diese Bane-Mods unglaublich stark. Wenn ihr jetzt mit purem Schaden spielt, ohne Dots, okay, da sind die Dinger immer noch ziemlich stark, weil wie viele Mods habt ihr, die euren End-Schaden wirklich um 55% erhöhen? Wenige. Aber mit Dots 2,4, 3,72 bei Toxic-Lash, das ist wirklich viel. Die Sache ist, und deshalb mag ich diese Mods nicht so wirklich, das bedeutet, in einer Grineer-Mission bekommt ihr mit dem Grineer-Mod Bonus-Schaden, in einer Korpus-Mission nicht. Sollte aber auch ziemlich klar sein. Aber das ist auch jetzt wirklich das Problem. Weil, wer hat wirklich Lust, jedes Mal den Mod auszutauschen? Und jetzt weiß ich, werden sich direkt die Leute beschweren, oh nein, der muss einen Mod austauschen, ööö. Ähm, ja, sorry. Jedes Mal, wenn ihr gegen eine andere Fraktion spielt, und wenn ihr mit den Bane-Mods anfangt, dann nicht nur in einer Waffe, sondern in drei Waffen. Okay. Hey, das bedeutet jedes Mal, wenn ich gegen eine andere Fraktion spiele, muss ich mir dann den Mod raussuchen für drei Waffen. Und ich sage einfach, wie es ist. Ich habe jahrelang mit den Mods gespielt. Ich spiele Warframe seit über zehn Jahren. Irgendwann hat man einfach keinen Bock mehr drauf. Es ist einfach so. Aber, dann sind wir jetzt auch beim großen Knackpunkt. Ich habe gerade eben schon diese Dot-Mechanik erklärt. Und die ist eigentlich bei wenigen Gegnern wirklich relevant. Eigentlich nur bei gepanzerten Gegnern, die viel mit Slashprocs arbeiten. Natürlich gibt es auch noch andere Szenarien, aber da ist es halt wirklich spannend. Und jetzt könnte man es stark vereinfachen und sagen, okay, wann spiele ich Endless, wann brauche ich diesen Schaden und gegen welche Fraktion spiele ich? Und dann hat man meistens zwei verschiedene Antworten. Entweder Cryneer oder Corrupted. Und wenn man jetzt nochmal weiter überlegt, spielt er gegen Korpus oder Befallene? Hm. Da könnt ihr auf diesen einen Mod-Platz theoretisch verzichten. Da müsst ihr den Mod nicht austauschen, weil eure Waffen sind eh Overkill. Das bedeutet, ihr könntet gegen die anderen Fraktionen mit Absicht mit einem Handicap spielen und dann den Mod nur austauschen, wenn ihr eine Endless-Mission macht und dann, je nachdem, ob ihr Cryneer oder Corrupted habt, den Mod dann austauschen. Und, das wir euch auch betont haben, für den normalen Level-Bereich sind diese Bane-Mods absoluter Overkill. Und das sind eigentlich Mods, die werden interessant, wenn ihr wirklich im sehr, sehr, sehr hohen Steepath-Bereich unterwegs seid. Okay, gehen wir jetzt mal ein bisschen auf Synergien ein. Und da wird es jetzt ein bisschen kompliziert. Habt ihr zum Beispiel den Rhino-Brüllen-Buff, wird das genauso berechnet wie ein Bane-Buff. Und das ist dann einfach nur ein additiver Bonus, der obendrauf auf euren Bane-Mod kommt. Das bedeutet, haben wir zum Beispiel einen 50% Rhino-Brüllen-Buff, dann wären wir hier bei einem Multiplikator von 2,05. Okay, ganz simpel. Aber wir sind auch bei dem Mishing-Return, was bedeutet, umso mehr ihr reinsteckt an Investment, umso weniger lohnt es sich im Endeffekt am Ende. Jetzt muss man aber auch überlegen, wie spielt man? Spielt ihr mit purem Schaden, dann seid ihr besser gestellt, wenn ihr Xardas Whisper verwendet, weil da kommt dann auch wieder der doppelte Bonus obendrauf, dass der Bane-Mod zweimal eingerechnet wird. Arbeitet ihr jetzt aber mit Dots, dann seid ihr mit dem Rhino-Brüllen besser bestellt. Und da muss man einfach ein bisschen rumspielen. Auch sehr spannend, und deshalb hab ich Ash als S-Klasse-Frame in meiner Tierlist eingestuft. Der Bonus-Slash-Proc-Schaden zählt als anderer Schadensmultiplikator und kommt dann nochmal multiplikativ obendrauf. Und ich will euch das Ganze jetzt einfach mal ein bisschen im Vergleich zeigen. Ich werde euch das Ganze jetzt anhand von Slash-Procs zeigen. Und die sind hier relativ einfach zu reproduzieren, weil die Stats hier, ihr werdet es gleich einfach sehen. Gut, also wir fangen jetzt einfach mal an mit dem puren Slash-Proc-Schaden. Und der sollte jetzt 29k sein, genau. Orange Grid, der ist natürlich jetzt ein bisschen mehr. Okay, 5% Chance für einen Orange Grid, 2 hintereinander, why not? Und auf jeden Fall seht ihr es, immer 29k pro Tick. Gut, nehmen wir doch jetzt mal den Bane-Mod dazu. Das bedeutet hier den Corrupted-Mod. Und der kommt jetzt mit einem Bonus von 2,4 zu tragen. Das bedeutet, anstelle von 29k Schaden, mache ich jetzt 69k Schaden. Und ich denke mal, allein das ist schon ein Unterschied, der sich wirklich lohnt. Und hier könnte ich jetzt zum Beispiel dann auch das Ganze nochmal mit Esch kombinieren. Egal welcher. Und dann machen wir nochmal mehr Schaden. Und dann müssten wir, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, bei knapp 89k sein. 86k. Knapp daneben. Und das Ganze könnten wir jetzt theoretisch auch nochmal mit Rhino-Buff kombinieren, in Esch. Oder ich nehme jetzt einfach mal Hiltrin, weil die einen Bild hat mit viel Stärke. Jetzt schauen wir gerade mal, das hier ist kein Bild, der gut mit Rhino kombinierbar wäre. Aber nehmen wir zum Beispiel mal Hiltrin. Die mit so einem Stärkewert hat einen ordentlichen Rhino-Buff. Das bedeutet, hier wäre mein Schaden jetzt, ich glaube, 168, 184k. Und das ist wirklich eine ordentliche Hausnummer. Und da muss ich ganz klar sagen, wenn ihr viel Stärke habt, ist das ein wirklich geiler Bonus. Habt ihr nur ein Bild mit wenig Stärke, ähm, ja, hält sich das Ganze wirklich in Grenzen. Und an der Stelle kann man jetzt auch überlegen, brauche ich dann überhaupt noch den Bane-Mod? Oder kann ich den Mod nicht am besserer für was anderes verwenden? Weil wenn wir irgendwie noch mehr Schaden reinbringen, skaliert das natürlich dann ja auch nochmal mit dem Rhino-Brüllen. Und dadurch könnte der Bonus sogar dann besser sein. Weil jetzt habe ich immer noch 113k. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus wollte. Also alles in allem, die Bane-Mods sind wirklich unglaublich stark. Gerade wenn ihr sie mit Dots kombiniert. Aber ihr müsst dann auch bereit sein, diese Mods ständig auszutauschen. Oder gegen andere Fraktionen dann auf Schaden zu verzichten. Die Entscheidung kann euch keiner abnehmen. Das müsst ihr für euch selbst entscheiden. Ich habe für mich entschieden, dass ich in 98% meiner Builds diese Mods nicht verwende. Aber es gibt Ausnahmen, wo der Build nur so funktioniert. Ich sage jetzt zum Beispiel mal Kuva Sobek oder in meinem Nova Nuke Build. Da muss ich die verwenden. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ihr ja, lasst mir doch ein Abo und Like da. Und bis zum nächsten Mal.